Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Hiob fortsetzen können. Wir haben in der letzten Stunde versucht, die Grundlage des Leides zu erklären. Wir haben gesehen, dass das Leid an sich drei große Gruppen einschließt. Es ist die Gruppe der Verursacher, die Mitleidenschaft der Beteiligten und das Mitleid der Unbeteiligten. So hier ist ein gesamtes Bild, dass ein jeder in diesem Universum leidet, aufgrund dessen, dass etwas dahin gekommen ist, das zum Leben nicht gehört, das dem Lebens fremd ist. Und nun haben wir hier im Buch Hiob die drei Gruppen, die am Leid beteiligt sind. Wir haben den Verursacher, der dieses Leid tut. Das sind der Satan und seine Helfer. Und dazu gehören auch die Freunde des Hiops. Wir sehen, dass die in Mitleidenschaft gezogenen, aufgrund dessen, dass der Verursacher das Leid tut, ist Hiob, seine Frau, seine Kinder, die Diener, die Freunde, das ganze Umfeld um Hiob ist betroffen von dem, dass der Verursacher das Leid verursacht. Und dann haben wir die Beteiligten oder die Unbeteiligten am Leid, aber die Mitleiden, weil sie von Gottes Liebe durchdrungen sind. Wir haben Gott, die Bewohner des Universums, die Söhne Gottes müssen sich anschauen, als Gott das Schutzschild aufhebt von Hiob, das Erste und das Zweite, wie Satan sich auf ihn stürzt und ihn zu Unrecht leiden tut. Da offenbart sich der Charakter des Bösen und alles leidet mit unter dieser Verursachung. Wir fangen jetzt an, im Hiob zu schauen, was war Hiobs größter Schmerz. Wenn wir in die Themen ins Detail gehen wollen, wollen wir zunächst einen groben Überblick haben über das, was Hiob leidet. Und Hiobs Leid entsteht aus diesem Grunde, den wir gesehen haben, der Verursacher. Satan ist der Verursacher. Gott ist derjenige, der es ihm erlaubt. Weil wie soll das Böse je hervorkommen, wenn man ihm nicht gibt die Möglichkeit? Wie kann es da sein, dass man es verabscheut, wo es doch sagt, es sei gut? Und Satan möchte zeigen, er ist der Gute, mit ihm geht alles besser. Und Gott möchte beweisen, dass er nicht recht hat. Dass er das Böse bringt. Und jetzt hat er Hiob vorbereitet. Hiob ist sein Knecht. Und Gott erlaubt, dass Hiob in den Schmerz kommt. Und wir werden noch sehen, warum das so ist im Verlauf der Betrachtungen. Erstmal wollen wir uns den Grund seines Schmerzens betrachten. Und die Spitze, was macht Hiob so, dass er reagiert, wie wir sehen werden, wie er reagiert. So, Hiob hat körperlich maximale Beschwerden. Er hat eine Krankheit, wo nicht nur wehtut, sondern wo auch juckt. Er kann weder sitzen noch stehen noch hin sich legen, weil die Beulen an seinem Körper sind schmerzhaft und voller Juckreiz. Das heißt, diese Belastung, die körperlich da ist und seinen Geist in eine Not bringt, ist das, was man sagen kann, wohl das Maximalste ist, was einem Menschen herangetragen werden kann. Dann ist Hiob verlassen von allen, die um ihn herum waren. Niemand kümmert sich mehr um ihn. Seine Frau sagt, sag Gott ab. Er sagt, ich bin ein schlechter Odem für meine Frau geworden. Alle, die Diener, sie schauen mich nicht mal mehr an. Er ist verlassen von allen, die um ihn herum waren. Er ist völlig allein. Nicht nur allein, er ist zum Gespött geworden, seine Mitmenschen. Die, die, wie wir sehen werden, er beschreibt als die Herabgekommensten der Gesellschaft, die spotten seiner. Die gehen an ihm vorbei, deren Leben ist wertvoller sozusagen wie seins. Er wird verspottet und verhöhnt von denen, die um ihn herum waren. Und vor allen Dingen von dem Pöbel, das heißt von denen, die in der Gesellschaft ganz unten sind. Der Hiob hat Freunde, aber diese Freunde kommen nicht, um ihn zu trösten, obwohl sie diese Absicht haben. Sie machen seine Leide noch viel schlimmer, weil sie provozieren ihn und schuldigen ihn an. Sie kommen mit erhobenem Finger und sagen, Hiob, du hast der Witwe nicht geholfen. Du hast das Weise nicht gekleidet. Du hast deinen Tagelöhnen das Geld nicht gegeben. Du warst ungerecht. Sie haben ihn all dessen beschuldigt, wo Hiob das Gegenteil war. Es ist erstaunlich, es ist nicht, wenn wir sehen im Text, wie das herauskommt. Er wird angeschuldigt von seinen Freunden, die ja so Freunde sein sollten. Und stellt euch vor, man ist im körperlichen Leid. Und ich weiß das von meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ein wehleidiger Mensch. Wenn ich krank bin, dann denke ich, ich sterbe. So war es zumindest lange Jahre. Ich habe immer gedacht, wenn ich meine Mandelentzündung hatte oder mich irgendeine Krankheit überkommen hat, dann lag ich im Bett und war halbtot. Und ich dachte, meine letzte Stunde hat geschlagen. Und dann hast du es so gut, wenn jemand da ist, der dir ans Bett einen Tee bringt oder ein getoastetes Brot. Und du bist so froh, dass es jemanden gibt, der dich in deinem Leid besucht, weil du hast das Bedürfnis, irgendwo hier mit jemandem zu sein. All das wird dem Hiob versagt. Im Gegenteil, er wird gespottet und verhöhnt. Und jetzt kommen seine Freunde, wo er warten könnte, Sie sind wirklich seine Freunde, die ihm helfen, unterstützen. Und er wird von ihnen angeschuldigt. Stellt euch dieses Leid, dieses Mannes vor, wie es Crescendo ist. Es ist nicht nur körperlich, da ist seine ganze Gesellschaft um ihn herum. Und nicht nur, dass sie ihn verlässt, aber dass sie noch ihn spottet, dass sie seiner lacht. Er sagt sogar, mein Gesicht ist zum Speichel der anderen geworden. Und jetzt hat er seine Freunde, die ihn anschuldigen. Aber ist das Hiobs größter Schmerz? Nein. Es gibt noch einen Teil, der größer ist. Und der größte Schmerz Hiobs ist das Gott. Der Gott, mit dem er so eng gelebt hat. Der Gott, mit dem er verbunden war, über die ganzen Jahre seines Lebens, mit dem er gewachsen ist, zu dem er Zugang hatte, zu dem er antworten konnte, fragen konnte. Der Gott ist jetzt da und zerschlägt ihn zu Unrecht. Dieser Gott gibt ihm die Hand seines Feindes. Dieser Gott gibt ihm in die Hand der Ungerechten. Dieser Gott zeigt sich, wie wenn er sein Feind ist. Und am allerschlimmsten bei dem, was da ist, ist Gott verhüllt sich. Er antwortet nicht. Hiob sage ich, gehe ich nach links, finde ich dich nicht. Gehe ich nach rechts, finde ich dich nicht. Nirgendwo lässt du dich blicken. Wo, wo bist du Gott? Du hast dich mir versteckt. Du hast dich mein verhüllt. Ich habe keinen Zugang. Wo bist du? Hiobs größter Schmerz ist weder der körperliche Schmerz, noch das Verlassen seiner Freunde, noch das Gespött seiner Mitmenschen, noch die Anschuldigung, die ihm seine Freunde bringen. Sein größter Not, sein größter Schmerz ist, warum ist Gott mein Feind geworden? Warum gibt er mich den Ungerechten hin? Ich, der ich vor ihm gewandelt bin, ohne Tadel. Ich, der die unschuldig bin vor ihm. Wieso zerschlägt er mich zu Unrecht? Und dann schweigt er auch noch. Dann lässt er mich. Und ich komme nicht an ihn ran. Oh, dass ich rechten könnte mit ihm. Wir werden sehen, die Ausdrücke, die Hiob dann verwendet, wenn wir in die Details gehen, die er ausdrückt. Aber lasst uns das mal klar machen. Hiobs größter Schmerz ist, dass Gott nicht antwortet. Dass er von Gott abgeschnitten ist. Und ich denke, das ist der größte Schmerz. Es gibt nichts Größeres als das. Was den Menschen, der ein Leben mit Gott gewandelt ist, ist jemand, der nicht mit Gott gewandelt hat, der empfindet keinen Schmerz, wenn er sozusagen verlassen sei von Gott. Weil er kennt ja Gott nicht. Aber der, der Gott kennt, der, der mit Gott gewandelt ist, so wie Christus gewandelt ist mit seinem Vater all die Jahre, und jetzt ist er am Kreuz und sein Vater stellt sich dar, sein Feind. Sein Vater ist verhüllt in der Wolke. Das ist Schmerz. Das ist der Schmerz dessen, der mit Gott verbunden ist, der mit Gott nicht verbunden ist, der hat solchen Schmerz nicht. So, Hiobs Schmerz ist, hier hat er die richtige Liebesquelle. Hier lebte er mit Gott richtig und jetzt ist Gott sein Feind. Das ist der Schmerz Hiob. Und das führt ihn dann dazu, zu reden. Und Hiob äußert sich in seinen Reden. Und ich habe auch diese Reden in drei große Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe ist, dass er einfach seinen Leid ausdrückt. Und ich bin so dankbar, dass Hiob sein Leid ausdrückt. Dadurch kann ich erkennen, was Christus am Kreuz gelitten hat. Und dafür kann ich erkennen, was der Jeremia gelitten hat und was eigentlich andere Menschen gelitten haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus. Und ich kann erkennen, wo die Not sein wird derer, die durch die letzte Prüfungsstunde dieser Erde gehen werden. Es ist so gut, dass wir die Geschichte des Hiobs haben, der dieses Leid ausdrückt, was auch uns bevorsteht. Entweder unter denen, die Gott lieben. Entweder sind wir unter denen, die Hiob spotten, unter denen, die Hiob verlassen, die Hiob verfolgen. Oder wir sind unter denen, die wie Hiob sind, die verfolgt werden. Die Verfolger leiden. Ja, in den sieben Plagen werden sie leiden. Aber wer leidet denn? Und wer gibt Ausdruck seinem Leiden, wenn er von Gott verlassen ist? Ich bin so dankbar, dass Hiob sein Leid ausdrückt. Ist der Ausdruck seines Leides Mangel an Glauben? Sicherlich nicht. Dann würde er auch an Jedus gesagt haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wäre es Unglauben gewesen. Dann wäre Jeremia, als er gesagt hat, so wie Hiob verfluchte der Tag meiner Geburt, genauso ein Ungläubiger geworden. Aber Jeremia besteht, der Hiob besteht und Christus ist Sieger. Der Ausdruck des Leids ist nicht der Ausdruck des Zweifels an Gott. Ist nicht der Ausdruck, dass ich mich von Gott absage. Es ist nur der Ausdruck, wie schwer es ist, wie unerträglich es scheint. Die zweite Gruppe der Reden Hiobs ist das, was er an Gott stellt. Das ist an sich die Hauptrede, wenn ich so das Ganze zusammenfasse. Sein Hauptansprechpartner in seinen Reden ist Gott letztendlich. Weil er macht auch seinen Freunden den Vorwurf und sagt, ich spreche ja nicht mit euch an. Ich spreche ja nicht euch an. Ich habe ja von euch nichts verlangt und erwartet. Ich rede mit Gott. Ich will von ihm meine Antwort. So das ist der große Teil dessen, wie Hiob mit Gott umgeht. Und dann natürlich ist es der Dialog mit den Freunden, die dort zu ihm gekommen sind. Und wie er redet und sie reden. Und was da rauskommt. So das sind die drei großen Gruppen, wo Hiob redet. Was Hiob tut. Und ich habe ein bisschen versucht zusammenzufassen, die Hiobs Klage. Wir werden es dann lesen im Einzelnen nachher. Ich wollte hier nur den Überblick geben und dann ins Detail kommen. So hier ist der Ausdruck seines Leides. Und er beschreibt viel in den Kapiteln, was über sein Leid ist. Und ich habe das so ein bisschen herausgenommen, was ich denke so mächtig hervorkommt und sein Leid beschreibt. Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an? Warum bin ich nicht verschieden, da ich aus dem Leib kam? Das ist, mein Leben wäre besser, es hätte nie existiert. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und was ich sorgte, hat mich getroffen. Hat Hiob sich hier gesorgt über etwas, was gekommen ist? Oder nein, das sind die Dinge, die du dir nie erwartest im Leben, dass sie dir passieren. Das will er ausdrücken. Nicht, dass er in Angst gelebt hat oder dass er dachte, er könnte all das, was er hatte, verlieren. Das war nicht Hiobs Ausdruck. Er sagt hier, jeder Mensch fürchtet, dass etwas Schlimmes passiert. Das heißt, er hofft, dass ihm das nie passiert. Und das, was das Grausamste ist, was er nie daran gedacht hätte, dass er hier hineinkommen könnte, das ist auf ihn gekommen. Und so schreibt er und drückt das so aus. Und dann sagt er, wenn man doch meinen Unmut möge und mein Leiden zugleich auf die Waage legt. Das heißt, wenn man wägen müsste, seine Not. Denn nun ist es schwer als Sand am Meer. Darum gehen meine Worte irre. Das heißt, er erkennt, die Last ist schwer. Ja, die Last, wenn wir sehen, ist nicht zu schwer, sonst hätte Gott sie ja nicht kommen lassen über Hiob. Aber wie soll denn der Glaube eines Menschen geprüft werden, wenn er nicht an die Grenzen seines Tragfähigen kommt? Und der Hiob erkennt, das ist meine Grenze. Mein Unmut, mein Leiden ist so schwer wie der Sand am Meer. Das heißt, unendlich schwer, unerträglich für ihn so schwer. Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Derselben Gift muss mein Geist trinken. Und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Da drückt er aus, dass er sieht, dass es die Pfeile Gottes sind. Und sein Geist leidet von dem, was durch seinen Körper an ihn herangetragen ist und auch von dem, was Gott an ihn heranträgt. Und er wünscht sich, er wünscht sich, lieber tot zu sein, dass Gott anfinge und zerschlüge mich und ließe seine Hand gehen und zerschmetterte mich oder zerscheiterte mich. Das ist die Klage. Das ist sein Ausdruck seines Leides so im großen Überblick. Was sind seine Fragen an Gott? Was richtet er an Gott im Überblick? Er sagt, warum hast du mich zerschlagen? Er stellt die Frage nach dem Warum. Er sagt, wieso hast du mich den Ungerechten übergeben? Es ist so, wie Jesus es sagte seinen Jüngern, ich werde überantwortet werden in die Hände der Bösen. Wer überantwortet ihn in die Hände des Bösen? Sicherlich ist es sein Vater. Wir wissen, dass Jesus in Gethsemane rang danach, soll er den Kelch trinken aus Vaters Hand oder nicht. Und als er die Entscheidung getroffen hat, dann kam die Meute. Da kamen die ruchlosen Menschen und der Gerechte wurde übergeben an die Ungerechten. Jesus wusste, was los war. Der Hiob wusste es nicht. Er fragte dich, wieso hast du mich gegeben in die Hände der Ungerechten? Wieso bist du mein Feind geworden? Ohne Grund, ich bin unschuldig vor dir. Warum schweigst du? Warum verbirgst du dich vor mir? Und dann die Frage, warum schaust du mich überhaupt an? Was bin ich dir wert in deinen Augen? Ich bin doch so klein gegenüber von dir. Kann die Sünde, die ich getan habe, dir irgendwo schaden? Kann ich dir etwas antun, dass du dich auf mich rächst? Das sind Fragen, die Hiob hat. Denkst du, wie ein Mensch denkt? Hörst du? Und urteiltest du? Hast du Augen, wie ein Mensch Augen hat? Das heißt, urteiltest du wie ein Mensch? Und er beschreibt es. Und er sagt, du bist doch so groß. Du hast mich gemacht. Hiob hat sehr, sehr grundsätzliche Fragen an Gott. Und ich denke, die Zeit reicht uns nicht, auch in diesen drei Monaten nicht, um in der Tiefe dieses alles zu besprechen. Aber es sind die Fragen des Menschen. Besonders dann, wenn er mit Gott eine gute Beziehung hatte. Besonders dann, wenn er mit Gott geht. Dann hat man diese Frage. Er kennt Gott. Es ist nicht einer, der Gott nicht kennt. Er fragt nicht, wie einer, der in Unkenntnis ist. Nein, nein. Hiob ist in Kenntnis über Gott und wer er ist. Wir werden es ja sehen, wie er ihn beschreibt. Seine Frage ist das Unrecht. Seine Frage ist die Frage, die viele stellen. Warum musste der Sohn Gottes am Kreuz sterben? Der Unschuldige für die Schuldigen. Warum werden die letzten Generationen, warum werden die 144.000 durch die Plagen gehen müssen? Durch den Zorn Gottes gehen müssen und zu Unrecht, weil sie sind ja jetzt die Gerechten. Sie sind heilig. Sie haben von der Sünde abgelassen. Und jetzt sind sie die, die angegriffen sind von jedem, genauso wie Hiob. Außer, dass sie eine körperliche Krankheit haben. So, wo ist dieser Gott? Das sind die Themen im Überblick über die Fragen, die Hiob an Gott hat. Und dann jetzt kommt der Dialog mit seinen Freunden. Hier geht es um Ähnliches. Es geht um Gotteswesen. Ihre Debatte ist, wie ist Gott? Ist er gerecht oder ist er ungerecht? Ist er groß oder ist er klein? Ist er weise oder ist er nicht weise? Es sind die grundlegenden Charakterzüge Gottes, die hier in diesen Themen herbeigekommen sind. Und der Zentrum ist, ist Gott gerecht? Das ist die Frage, die Satan gestellt hat am Anfang. Und es ist die Frage, die wir uns stellen müssen und deren Antwort wir haben werden. Und am Ende dieses ganzen Dramas sozusagen, des Falles des Menschen, des Falles aus der Beziehung zu Gott, des Luzifers und seiner Engel, ist und wird die Antwort gegeben, ist Gott gerecht? Weil der Gerechtigkeitssinn ist, wie wir gesehen haben in der letzten Betrachtung, ein unabdingbares, ein nicht zur Seite gelegendes Bedürfnis des Menschen und jedes Geisteswesen, weil es ist das Bild Gottes. Er ist gerecht. Also hat er uns alle gemacht mit demselben Bedürfnis, dass wir nach ihm, nach seiner Gerechtigkeit trachten. Es ist nicht eine Wahlmöglichkeit, die wir haben. Nein, wir brauchen Gerechtigkeit. Es ist ein Bedürfnis, das unabdingbar ist. Und das zeigt schon, wenn Gott uns gemacht hat mit so einem Bedürfnis, dann hat er doch auch die Antwort darauf. Dann ist er es auch, ja, der gerecht ist. Aber jetzt hat Satan ihn in Frage gestellt. Jetzt stellen ihn die Hiobsfreunde in Frage. Die ganze Welt stellt Gerechtigkeit Gottes in Frage. Und an Hiob, an Christus und an der letzten Generation, an den 144.000, wird sich die Frage auch beantworten. Sie werden es beweisen, dass er gerecht ist. Dann natürlich verteidigt Hiob gegenüber seinen Freunden seine Unschuld, weil sie klagen ihn ja an. Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, ist die große Diskussion, die sie haben. Und Hiob sagt ja und sie sagen nein. Wer hat Recht? Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das ist der Dialog, den sie führen. Und es ist eines der wichtigsten Fragen. Und auch heute in unserer Gesellschaft glaubt keiner mehr, dass ein Mensch gerecht sein kann vor Gott. Der Hiob beweist es. Christus beweist es. Er ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Und er beweist, dass ein Mensch gerecht sein kann vor Gott. Und die 144.000, die durch das Finale gehen müssen dieser Weltgeschichte, die die Stunde der Prüfung erfahren müssen, sie werden beweisen, dass ein Mensch gerecht sein kann vor Gott. Natürlich durch die Gnade Gottes, natürlich dadurch, dass er durch Christus das erreicht. Aber die Frage geht ja nicht, ist es überhaupt möglich oder ist es gar nicht möglich. Die Frage geht ja darum, ist es möglich oder ist es nicht möglich. Und die Freunde behaupten nein. Und Hiob sagt ja. Und die ganze Welt, die ganze Christenheit im Großen sagt, es ist nicht möglich, dass ein Mensch, der in einer sündigen Natur auf die Welt kommt, je gerecht sein kann vor Gott. Nein. Der Hiob zeigt es. Er beweist es sowohl in der Sprache mit seinen Freunden, aber am Ende, wo Gott eingreift, da sagt Gott klar, Hiob hat Recht. Hiob hat richtig gesprochen. Hiob muss nicht opfern. Hiob muss nicht sich bekehren. Ich bin nicht zornig auf Hiob, weil Hiob ist eins mit mir. Aber ich bin zornig auf die Freunde. Ich bin zornig auf euch. Er richtet sich an ihn, weil ihr habt nicht richtig gesprochen von mir. Ihr habt nicht richtig gewusst, wer ich bin. Und ihr habt deshalb auch die Frage nicht antworten können. Ob ein Mensch vor Gott gerecht sein kann oder nicht. Und jetzt muss der gerechte Hiob, derjenige, der der Stellvertreter, sozusagen das Bild für Christus ist, für sie vermitteln im Gebet. Der Hiob macht genau das, was Christus macht für uns alle. So, die Frage wird geantwortet und wir werden uns sie im Großen anschauen. Wir werden sie uns im Detail anschauen. Dann reden sie natürlich über den Zustand dieser Welt. Und sie sind sich auch hier nicht einig. Der Hiob sagt ganz klar, dem Gottlosen geht es gut, der Gerechte leidet. Und wir finden das durch die Heilige Schrift. Und wir finden das im Alltagsleben, dass der Hiob recht hat. Dem Gottlosen geht es gut. Alles, was er unternimmt, ist gelungen. Seine Tiere vermehren sich. Es gibt keine Fehlgeburt. Und wie geht es dem Weisen, der Witwe? Sie werden zu Unrecht behandelt. Sie werden gequält. Der Gerechte leidet. Der Zustand dieser Welt. Und sie behaupten was anderes. Und auch da wollen wir schauen, wo liegt das Missverständnis in dem ganzen Dialog. Und dann ist natürlich eine Frage, die sich deutlich im Buch Hiob hervorkommt, ist der Zustand des Menschen im Tod. Eines der großen Dinge, heute in allen Religionen denkt man, dass der Mensch ewig ist. Man denkt, dass er unsterblich ist. Ist er das wirklich? Der Tod wird als ein Ort des Friedens und der Ruhe gezeigt. Und wir werden uns am Ende dieser Stunde ihn noch einmal etwas deutlicher betrachten. Aber jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, was Hiob ausdrückt in seinem Leiden. Und ich möchte dieses dritte Kapitel lesen. Weil wir wollen ja aus dem Text die Dinge entnehmen. Ich habe versucht, einen Überblick zu zeigen, damit man dann im Detail sich nicht verliert. Für mich ist es so entscheidend, immer einen Hintergrund, ein Gesamtbild zu haben. Weil dann kann man das Ganze einordnen. Dann kann man sagen, aha, das kommt und passt dazu und das passt dazu. Und dann kann man das so schön sehen. Vers Kapitel 3, Abvers 1. Danach hat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sagte, der Tag soll verloren sein, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, die sagte, ein Junge ist empfangen. Dieser Tag soll Fensternis sein und Gott soll nicht von oben nach ihm fragen. Kein Licht soll über ihn scheinen. Fensternis und Dunkel sollen ihn überwältigen und dicke Wolken über ihm bleiben. Und Fensternis ihn am Tag erschrecken. Diese Nacht soll Dunkelheit einnehmen. Sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen und nicht in die Zahl der Monate kommen. Sie, diese Nacht soll einsam sein und es soll kein Jauchzen darin sein. Es sollen sie verfluchen, die Verflucher des Tages und die, die bereit sind, den Leviathan zu erregen. Ihre Sterne sollen finster sein in ihrer Dämmerung. Sie hoffe aufs Licht und es komme nicht und solle die Wimpern der Morgenröte nicht sehen, weil sie die Tür des Leibes meiner Mutter nicht verschlossen und das Unglück nicht vor meinen Augen verborgen hat. Das ist die Zusammenfassung, weshalb er so, und wir, diese Worte sind ja geschrieben in einer, ja, ich sage jetzt mal poetischen Art, wo viele Bilder genutzt werden, mehr Bilder als Worte. Und ich denke, auch das ist Gottes großes Werk im Schreiben der Bibel, dass er zwar Worte gebraucht, aber die Worte geben ein Bild weiter. Und das Bild ist nicht veränderbar, die Worte schon, Gott weiß das. Deshalb können wir heute, nach mehr wie 3000 Jahren, wo Hiob, wo Mose dieses Buch geschrieben hat und aufgeschrieben hat, diesen Dialog und diese Sprache der Menschen zu der Zeit, dann können wir verstehen, die sprechen in Bildern, die sprechen nicht in Worten. Und ich finde das so fantastisch, er spricht hier über die Nacht, wer ist die Nacht? Die hätte kein Licht sehen können, er sagt es so schön hier, und es kommen nicht und soll die Wimpern der Morgenröte nicht sehen. Das sind hoch, ich sage jetzt mal, dichterische Sachen, aber der Dichter ist ja jemand, der ein Bild beschreibt im Wort. Und da mögen die Worte nicht ausreichen, aber das Bild kommt hervor und man kann sich das Bild immer wieder anschauen. Auch sollte man die Worte nicht mehr so haben wie damals. Und Gott wusste, was er tat, als uns die Bibel gegeben hat. Ja, er brauchte Worte, aber es sind Bilder, die in den Worten zum Vorschein kommen. Und auch wenn da ein Wort mal wegfällt oder sich verändert über die Jahre, so bleibt das Bild bestehen, weil man sieht das Bild gehen durch die ganzen Aufzählungen der Bilder, die da vorkommen. Warum bin ich nicht gestorben und jetzt schriftet er deutlich im Mutterleib und warum bin ich nicht verschieden, als ich aus dem Leib kam, das heißt bei der Geburt gestorben. Warum hat man mich auf den Schoß gesetzt? Warum wurde ich mit Brüsten gestillt? So läge ich doch nun und wäre still, schliefe und hätte Ruhe. Wo wäre er still und schlief und hätte Ruhe? Hier im Tod. Wenn er nie geboren worden wäre oder wenn er gestorben wäre während der Geburt, dann wäre er in Ruhe und Frieden. Und jetzt erklärt er den Zustand des Todes hier, aber er geht auch in den vielen anderen Kapiteln darauf ein. So läge ich doch nun und wäre still und schliefe und hätte Ruhe. Der Tod ist ein Schlaf, wie wir sehen werden. Mit den Königen und Ratsherren und auf Erden, dass sie sich Trümmerstädte bauten oder mit den Fürsten, die Gold hatten und deren Häuser voll Silber waren. Wie eine Fehlgeburt, die man verborgen hat, wäre ich gar nicht. Wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. Dort müssen auch die Gottlosen aufhören mit Toben. Dort ruhen auch die an Kraft Erschöpften. Da haben auch die Gefangenen miteinander Frieden und hören nicht die Stimme des Bedrängers. Das sind beide klein und groß und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Und ich möchte, dass wir das verstehen über den Tod und uns da ein bisschen näher betrachten. Die Beschreibung des Todes. Der Ort, wo alle Lebendigen hinkommen. In dem anderen Vers kommt das hervor. Er sagt, jeder Lebendige, der hier unter der Erde kommt, kommt eines Tages und muss sterben. Alle Lebendigen kommen dorthin. Aber dieser Ort, wo ist er? Er ist ein Ort der Ruhe, des Friedens. Es ist kein Bewusstsein mehr da. Er sagt, wenn ich gestorben bin, wenn er zu Gott spricht, dann bin ich nicht mehr da. Ich bin wie eine Wolke, wie das Gras. Es sind viele Bilder. Ich habe jetzt nur die herausgenommen, die uns hier jetzt am Anfang so deutlich beschrieben werden in diesem dritten Kapitel. Es ist ein Ort, wo die Rangordnung aufhört. Es gibt dort in diesem Ort weder Könige noch Sklaven. Das heißt, die Menschen, die Könige waren hier auf Erden und die Sklaven, die hier waren während des Lebens, sind dort, weder Könige noch Sklaven. So schön hier, oder mit den Fürsten, die Gold hatten und deren Häuser voll Silber waren. Wo ist es jetzt? Es ist nicht mehr da. So, es gibt keinen Unterschied im Tod. Der König ist nicht König und der Sklave ist nicht Sklave. Er sagt hier, da haben auch die Gefangenen miteinander Frieden und hören nicht die Stimme des Bedrängers. Reiche und Arme sind im Tod gleich. Wie sieht es aus mit den Guten und den Bösen? Sie sind im Tode auch gleich. Das kommt hier im Hiob hervor. Das kommt in den Schriften des Salomo im Prediger sehr deutlich hervor. Im Tod ist jeder gleich. Weil der Tod ist ein Ruheort des Schlafens. Es ist ein Ort, wo niemand etwas Bewusstes ist. Deshalb gibt es dort keine, ja, keine, der sagen kann, ich bin König. Oder, weil sie sind ja alle und schlafen. Und sie schlafen alle gleich. Oder Salomo geht einen Schritt noch weiter im Prediger und sagt, woher weißt du, dass die Tiere nicht auch so schlafen? So, die Tiere gehen auch so. Oder, dass du an anderen Tod stirbst wie den Tieren. Und so zeigt er, dass wir auch mit den Tieren im Tode gleich sind. Keine Gotteserkenntnis ist dort. Wenn man weiter betrachtet, werden wir sehen, niemand kennt im Tod Gott. Weil im Tod ist alles ruhig. Und wir werden auch den Sinn des Todes, hoffe ich, in den nächsten Stunden irgendwann mal klar und deutlich erklären. Wir sind dort die Speise der Würmer und werden bedeckt von der Erde. Da ist nicht eine Ewigkeit, die beschrieben wird, sondern eine Endlichkeit. Ja, und wir werden sehen, Hiob weiß genau, dass der Mensch wurde gemacht aus Erde und aus Odem. Und er weiß, dass der Odem ist sein Geist. Er beschreibt ihn so deutlich. Und das aus der Erde ist sein Körper entstanden. Und wenn die zwei sich trennen, dann landet der Mensch, dann ist er tot, hat er kein Bewusstsein. Und sein Leib wird eine Speise der Würmer. Und er wird bedeckt von der Erde. Es gibt keine Unsterblichkeit des Menschen. Unter der Sünde sind sie alle sterblich. Es gibt keine Wiedergeburt, das heißt keine Erneuerung, kein unendlich, kein ewiger Zyklus von Geborenwerden und Sterben. Das Ganze wird ein Ende haben. Und auch das werden wir lernen im Buch Hiob. Der Tod ist nur vorübergehend, weil es kommt, die Auferstehung und das Gericht. Im Tod werden sie alle aufbewahrt bis zum Tage des Gerichts. Und dann werden die Toten alle lebendig, beschreibt es die Heilige Schrift in Offenbarung 20. Und sie werden alle vor Gericht stehen. Und Hiob bezieht sich auf dieses Gericht, als er sagt im Kapitel 14, Abvers 13, Ach, dass du mich in die Hölle verdecktest und verbergest, bis dein Zorn sich lege und setzest mir ein Ziel, dass du an mich dächtest. Die Bibel sagt, dass Gott sein Volk während seines Zornes zur Ruhe legt. Er legt sie schlafen, bis die sieben Plagen vorbeigehen, außer denen, die so wie Hiob erwählt sind, durch diese Sache zu gehen, um zu beweisen, dass ein Mensch unter den schwierigsten Umständen, unter den schlimmsten Situationen dennoch gerecht sein kann vor Gott. Wird ein toter Mensch wieder leben? Alle Tage meines Streites wollte ich harren, dass meine Veränderung komme. Du würdest rufen und ich dir antworte, es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Der Hiob weiß, dass es einen Tag gibt, wo Gott rufen wird und die Toten werden auferstehen, groß und klein. Jesus sagt, es ist die Stunde, es wird die Stunde kommen, wo jeder, der schläft, hören wird meine Stimme und auferstehen. Der Tod ist nur vorübergehend und deshalb hätte sich der Hiob diesen Tod gewünscht, dass er sagt, dass du mich verbergest in der Hölle, das heißt im Totenreich, im Hades ist das Wort, im Totenreich, bis dein Zorn sich legt und dann würdest du mich rufen. Der Hiob versteht, dass der Schlaf, der Tod vorübergehend ist, weil Gott muss in diesem großen Kampf am Ende das Gericht halten und deshalb wird nicht der Mensch gerichtet während seines Lebens. Er bekommt nicht seine Strafe, während er jetzt lebt oder er hat nicht sein Glück jetzt, während er lebt auf Erden, sondern es ist ein Gericht am Ende und das folgt, weil wir ja über einen längeren Zeitraum dieses ganze Konflikt geht, wie ein Mensch lebt. Deshalb sterben die Menschen, aber dieser Tod ist nicht ein Tod für immer, sondern er ist nur ein Schlaf. Deshalb wünschte sich der Hiob, in diesem Tod eingeschlossen zu sein, bis der Zorn Gottes vorüber ist und dann soll er ihn doch aufwecken. Und er hat eine gewisse Hoffnung auf die Auferstehung, weil er sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, dass mein Körper, werde ich dennoch im Fleisch Gott sehen. Und es gibt hier Übersetzungen, die sagen ohne Fleisch und es ist einfach eine Übersetzung, die kommt aus dem heutigen Begriff des Menschen, dass man denkt, man kann Gott ohne Leib sehen. Das geht nicht. Nein, der Hiob weiß und erkennt die Auferstehung. Es kommt der Erlöser, der wird ihn auferstehen und er wird aus dem Tode hervorkommen mit Leib und Augen, weil ein Geist hat keine Augen, er kann nicht sehen. Deshalb sagt er, meine Augen werden ihn sehen. Denselbe werde ich mir sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnen sich meine Nieren in meinem Schoß. Ja, es sind nicht die Nieren, die sich sehnen, aber er weiß, das ist der Wille, der geschrieben wird in der Heiligen Schrift. Das Herz ist der Ort unserer Entscheidungen und der Wille ist der Ort, wo wir, und die Nieren sind in der Bibel beschrieben mit dem Bewusstsein. Das Herz ist das Unbewusste und die Niere ist das Bewusstsein, der Wille. Mein Wille sehnt sich in meinem Schoß danach. So, es gibt also eine Auferstehung. Es gibt einen Ort, wo der Tod gut ist. Wenn Menschen leiden, dann ist es gut, dass es zu Ende geht und sie in den Schlaf übergehen. Ich als Arzt sehe das und ich bin Gott dankbar auch für den Tod, obwohl er entgegengesetzt ist des Lebens. Aber für mich verliert der Tod immer mehr an Härte und an Empörung, die ich hatte von Kind auf, weil ich weiß, er ist nur vorübergehend. Und alles, was vorübergehend ist, wird uns nicht sehr schaden. Aber wenn der Mensch denkt, er stirbt für immer. Wenn er denkt, aus dem Tod gibt es kein Zurück, dass es keine Auferstehung gibt. Nein, es gibt für diese Erde kein Zurück. Die Menschen, wenn sie sterben, bleiben sie im Tod bis zum Gericht. Und das wird auch in dem Hiobser deutlich beschrieben. Aber die Bibel als Gesamtes macht ganz deutlich, dass es ein Gericht gibt und die Menschen aus dem Schlaf hervorkommen. Deshalb ist es schön, dass es, wenn der Mensch von Krebs zerfressen, wenn sein Leben nur noch ein Hauch ist, dass Gott ihn zur Ruhe legt. Wenn Menschen in großen Schmerzen liegen, dann ist es gut, dass irgendwann der Tod eintritt, dass es zur Ruhe kommt. Aber wir sollen nicht denken, dass der Tod das Ende ist. Er ist für diese Welt das Ende. Aber es kommt der Tag des Gerichts. Wann hören werden die Stimme Jesu, die Stimme Gottes, alle, die in dem Erden schlafen, die Guten und die Bösen. Sie werden alle auferstehen und die einen zum Gericht. Das heißt, dass sie ihr Urteil empfangen für das, was sie getan oder nicht getan haben im Leben und die anderen, dass sie die Ewigkeit und das ewige Leben erlangen für das, was sie getan oder nicht getan haben in ihrem Leben. So, lasst uns zusammenfassen. Wir sind am Anfang dieses Buches und wir wollen hineingehen und wir wollen verstehen den Hiob. Wir wollen seine Fragen verstehen an Gott und wir wollen auch die Freunde verstehen, die in ihrem Irrtum leben, die herausdrücken den heutigen Glauben der meisten Christen und Nicht-Christen, aber besonders der Christen, dass sie denken, ein Mensch kann vor Gott nicht gerecht sein. Wollen wir hier abschließen mit dem Ausblick, mit der Freude, dass dieses Buch uns Dinge offenbaren wird, die uns ein Leben lang begleiten werden. Und wir werden klare Abschnitte haben, wo wir wissen, was ist Leben, was ist Gerechtigkeit und was ist der Tod und was ist die Auferstehung. Möge Gott uns segnen, dass wir reich den Geist Gottes haben, um diese Dinge zu verstehen, damit sie in unserem Leben volle Praxis werden. Amen.